Nach dem Zugsunglück am 9. Mai in Münchendorf im Bezirk Mödling hat die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt Einklage gegen den Triebwagenführer eingebracht. Dem Mann wird fahrlässige Gemeingefährdung vorgeworfen. Der Zug soll zu schnell unterwegs gewesen sein und entgleiste. Ein Passagier starb, weitere Personen wurden teils schwer verletzt. Ein Prozesstermin steht noch nicht fest. Dem Beschuldigten werde ein Sorgfaltsverstoß angelastet, sagt Erich Habitzl, der Speicher der Staatsanwaltschaft. Der Triebwagenführer soll die Geschwindigkeit weit über das erlaubte Tempo hinaus erhöht haben. Trotz Schnellbremsung war es dem Bericht zufolge zur Entgleisung gekommen. Der mit rund 70 Passagieren besetzte Ventus-Zug der Raberbahn soll auf dem Weg von Deutschkreuz im Burgenland nach Wien mit 145 statt 60 kmh durch eine Weiche in Münchendorf gefahren sein. Einer der sechs Wagen der Doppelgarnitur war in ein Feld gestürzt. Ein zweiter war seitlich auf der Böschung neben der Zugstrecke liegen geblieben. Die übrigen vier Wagen waren aus den Gleisen gesprungen. Im Falle einer Verurteilung droht dem ungarischen Staatsbürger eine Haftstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe. Bei dem Unglück war ein 25-jähriger Eisenstädter gestorben. Der 52-jährige Triebwagenführer und zwei Fahrgäste aus Wien, eine 35-jährige Frau und ein 78-jähriger Mann hatten nach früheren Angaben schwere Blessuren. Weitere Passagiere leichte Verletzungen erlitten. Hmm.